Willkommen an unserer Schule, dem Jonny in Lahnstein. Wir sind stolz auf unser Jonny, denn wir sind eine tolle Gemeinschaft, in der wir uns um den Anderen kümmern, die Umwelt bewahren und uns für die weltweite Gerechtigkeit einsetzen. Wir tauschen uns aus mit unseren Freunden in der Welt. Wir erforschen die Welt und schauen, was die Welt zusammenhält. Musizieren gemeinsam und machen viel Sport. Wir stehen auf gutes Essen. Hier entstehen Freundschaften fürs analoge Leben und Kompetenzen für die digitale Welt. Wir haben Lehrkräfte, die sich um uns kümmern und mit uns Gottesdienst feiern. Hier am Jonny werden wir gefordert und gefördert. Seit über 100 Jahren sind wir eine besondere Gemeinschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020